Okay, hier müssen wir dringend ein bisschen was tun. Wir sollen doch 10 Treffepunkte heilen. Hat es 10 Treffepunkte geheilt? Ernsthaft. Okay, wir laden. Okay, wir laden am besten den davorigen. Das Schwert habe ich schon identifiziert? Ja, ich denke. Okay, gucken wir, dass wir die Schwertspinnen schnell loswerden. Okay. Es ist egal, wie weit ich gehe. Sie sind da, um mich zu fesseln. Ich hasse sie. Oh, ein Lederharnisch. Ein Spinnenei. Dieses gigantische Spinnenei ist ungefähr so groß wie eine Wassermelone, aber nur die wenigsten würden es essen wollen, würde es essen wollen, was sie unter der weichen, feuchten Schale findet. Okay. Das ist noch ein Questgegenstand. Obwohl diese Rüstung alt ist, kann nur verwendet werden vom Mekin. Oh, eine Goblin-Rüstung. Wenn der Träger vergiftet wird, wirkt die Rüstung automatisch giftverlangsam auf ihn. Das ist praktisch. Konstitution, Schlüsselöffnung, Fallenfinden, Weise bewegen. Klingt so, als ob Mekin eigentlich eine Schurkin wäre. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Was? Siebenbeinige Spinne. Okay. Du hast sogar ein Riesenspinnenbein. Okay. Wie kann ich helfen? Sweetheart, right. Die Gruppe hat einen Gegenstand gewonnen. Spinnenseide. Okay. Dieses silbergraue Gewebe stammt von einer Riesenspinne. Ihr könnt spüren, dass dieser übergroße, haarige Glied gerade noch in der Hand gezuckt hat. Das ist beunruhigend. Ja, nett. Noch mehr Spinnenseide. Und noch ein Spinnenei. Ein anderer großer Spinnenei liegt unter einem Schleier aus zartem Seitengewebe. Ah, das ist zu lange, seit Minsk mit so einer schönen Kompagnen. Die Eier stecken die Seide nicht. Und das ist ein trübes Gegengift. Oh ja, die Pfeile können wir auch mal zu Minsk. Worum, wie ihr wünscht. Your need? Ja, ihr braucht nur zu warten. I love Dungeons. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Yes, right. Ah ja. Ich dachte mir, dass hier... Vielleicht wieder Freunde kommen. Take it like a champ. Take it like a champ. Kurses! Ich werde mich im Haken sehen, darum kümmert. Hells, I missed. Bleed for Shaar. Hey there, right. Ich meine, ein Level Up sollten wir hier noch hinkriegen, auch wenn es uns nicht so viel bringt. Da wir beim Import, Import eh wieder zurückgesetzt werden. Jedenfalls habe ich es so verstanden. Könnte mich aber auch täuschen. Oh ja, das war dann die gesamte Spinnenhöhle. Wobei, hier oben? Ich habe ja die Brille, die Illusionsentdecken hoch macht. Das ist dämlich. Die Götter wissen, was Killer tut, während wir unsere Zeit hier verschwenden. Ah, Corwin meckert. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. Worum ihr braucht nur zu fragen. Also da ist nichts. Nur eine Vertiefung gewesen. Was zur Hölle? Dem Robo, um uns hin und nachzuhören, hat er etwas sehr Großes die Höhle betreten. Denkt ihr sonst noch... Denkt sonst noch jemand, dass es Zeit ist, verdammt nochmal von hier zu verschwinden? Wie kann ich, wie ihr wünscht? Worum geht es diesmal? Langweiliger Käfer? Langweilige Käfer, okay. Eine Höhle stinkender Bosheit, wobei die Bosheit gar nicht so riecht wie sonst. Trotzdem werden wir euch reinwaschen, Bosheit. Ich habe herausgefunden, dass ein riesiger Nashornkäfer den ganzen Lärm in der Höhle verursacht hat. Ja, spinnender Käfer. Wir verlassen diesen Ort lieber bevor Ankeks auftauchen. Ich weiß nicht, ob dieser Käfer einen Hintern hatte, aber wenn dieser Käfer einen Hintern hatte, aber wenn ja, dann wurde ihm gehörig dort hineingetreten. Ja? Ich werde mich in Hand umdrehen laufen. Das hat sich ja gelohnt. Ich habe schon schlechter meine Zeit verbracht. Besser so als zu sterben. Ich schätze, da habt ihr recht. Gehen wir. Dann los. Okay, da erwartet uns. Okay, das war ein ziemlich interessanter Ort. Jetzt trinkt mal ein. Ich werde mich in Hand umdrehen darum kümmern. So, dann gehen wir mal hier hoch weiter gucken. Ah, Fasenspinne. Okay. Okay. werde mich im hand umdrehen darum kümmern das ist ja wirklich mal langsam sagen die spinnen nerven gott schrater jetzt wird es exotischer also nicht ganz aber okay ich bin gerade enttäuscht von diesen grotten schraten worum geht es diesmal ja ich werde mich im hand umdrehen darum kümmern höhle ok das heißt bevor wir diese höhle betreten wird es mal wieder gerastet ok minsk sagt puh sagt Das hier bis ins Markt nach Verderben stinkt. Buchs Nase hat mich noch nie fehlgeleitet. Viconia bleibt auf Abstand oder ertragt die Konsequenzen. Okay. Lass mal die kleinen Einungen verballern. Ah, sie hat keine kleinen mehr. Okay, dann die mittleren. Es gibt kein Dach über dieser Welt. Ja, das ist ja auch die Oberwelt. So, jetzt sind wir alle wieder fit, dass wir die Höhle betreten können. Das ist auch keine so große Höhle. Ihr braucht nur zu fragen. Hätte ich nicht sagen sollen. Da geht's zur Grottenschrathöhle. Ein großer grüner Dach ist schon mit diesem... Wenn ihr aufpasst, könnt ihr euch vielleicht an ihm vorbeischleichen. Hm. Your knee, right. Hidden away. Okay. Okay. Ha! My aim is true!